Gut, Herr Oberbürgermeister, dann haben wir es ja fast. Letzter Punkt wäre noch das Weihnachtsgeschenk für unseren Wohnbau-Willi. Na, wie ich den Willi kenne, möchte der zu Weihnachten nur schäufele und sei Ruh. Da liegt er aber ganz schön daneben. Ich hätte nämlich gern einen Krustenbraten und mein Ruh. Das habe ich mir aber auch wirklich verdient nach so einem Jahr. Denn trotz der allgemein schwierigen Lage haben wir so einiges geschafft. Schon allein in der Theresienstraße und der Oskar-von-Miller-Straße hat die SWG heuer 72 öffentlich geförderte Wohnungen geschaffen. Am neuen Stadtteil Bellevue konnten wir in der Wilhelm-Kohl-Hof-Straße die Wohnungen vom ersten Bauabschnitt schon komplett vermieten. Und der zweite Abschnitt in der Edmund-Hannungs-Straße wird im Frühjahr auch schon fertig. Damit haben wir wieder jede Menge attraktiven Wohnraum geschaffen und sind unter dem Ziel, bis 2026 500 neue öffentlich geförderte Wohnungen zu schaffen, wieder ein gutes Stück näher gekommen. Servus, die Herren. Hallo, Willi. Wir haben gerade von dir gesprochen. Ja, ja, das mit dem Geschenk passt schon. Wenn ihr mir wirklich eine Freude machen wollt, dann helft mir einfach bei den Weihnachtsgrüßen. Aber gerne doch. Wir von der SWG wünschen Ihnen allen schöne Weihnachten und entspannte Feiertage. Und natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Na dann bleibt alle gesund und zuversichtlich. Frohes Fest und einen guten Beschluss.